Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Samsung Galaxy Tab A7. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieses Android Tablet für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Tablet werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, Tablets sind beliebte Gerätschaften für diverse Multimedia-Anwendungen. Das ist natürlich so eine Art Zwischending zwischen Smartphone und Rechner, PC zum Beispiel. Da gibt es halt Leute, die dieses Tablet-Format mögen, manche mögen es nicht so sehr, ist natürlich eine Geschmacksfrage. Ich finde auf jeden Fall preislich interessant, was hier aus dem Hause Samsung geboten wird. Würde ich im Hinblick auf die Ausstattung als ein faires Angebot für ein Tablet bezeichnen. Das ist allerdings meine Einschätzung. Ob es für dich das richtige Tablet ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt einige Tablets auf dem Markt. Also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welches am besten zu deinen Vorstellungen passt. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften auch noch genauer anschauen. Ein großes Tablet für großes Entertainment. Das Galaxy Tab A7 kann ihre Inhalte mit dem gestochen scharfen 10,4 Zoll Display und Dolby Atmos Surround Sound mit vier Lautsprechern zum Leben erwecken. Die Spiele können beginnen. Bei ihren Gaming Sessions ist auf den 7.040 mAh Akku des Samsung Tablets Verlass. Und wenn sie mal neue Energie brauchen, ist das große Tablet dank der 15 Watt Schnellladefunktion blitzschnell wieder bei 100%. Diese und weitere Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst auch nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Insgesamt betrachtet, wie ich finde, ein faires Angebot für ein modernes Tablet. Ob es für dich das passende Tablet ist oder nicht, das kannst du selbst wahrlich am besten entscheiden. Deswegen mach dir doch noch dein eigenes Bild zum Samsung Galaxy Tab A7. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit meinem Video weiterhelfen konnte. Danke für deine Aufmerksamkeit. Alles Gute und ciao! Tschüss! 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 Vielen Dank.